Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee, Link! Wow, das ist cool! Ich freue mich für dich! Nun bist du ein wahrer Kokiri, Link! Ist es wirklich wahr, der Dekobom hat... Dekobom möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Dekobom treten zu dürfen! Ich werde hier auf dich warten! Geh nun, denn Dekobom hat dich gerufen! Das wissen wir schon! So, fangen wir mal an! Als erstes... Dekobom zu Nido! Auch wenn ich sowieso weiß, ob ich den Monster weiße bin, ist egal! So, der sagt uns... Hey, du fehnloser Versager! Was hast du mit den Dekobom zu reden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann! Du bist auch kein Mann, du bist nur ein Kind! Was, du hast eine Fee? Der Dekobom hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Nido zu sich rufen? Das kann nicht sein! Ich glaube es einfach nicht! Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet! Wurde zu ausrüsten! Wie willst du denn... Wie willst du den Dekobom, den ohne Schwert und Schild gegenüber treten? Was? Das stimmt! Ich bin nicht ausgerüstet, aber das ist etwas anderes! Wenn du passieren willst, wirst du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein! Verschwinde! Verschwinde! Dann gehen wir mal Sachen kaufen! Oder erstmal... Eine komische Tusse da! Ja, ich weiß mal, warum ich glaub... Ist mir egal! Und ja... Cool, ich hab's! So, schon mal fünf... ...Lookies... ...die nächsten... ...und ich glaube... ...hier... ...das Haus für den Kisten... ...ja... So, 21 Rupees... ...hier ist nur ein Herz drin, das lohnt sich nicht... ...dann gehen wir mal weiter suchen... ...so, ein Gebüschen zum Beispiel... ...oder... ...hier, diese Brücke... ...da ist nämlich auch noch was... ...dann muss man erstmal hier hochlaufen... ...laufen, laufen, laufen... ...auf achten, dass man hier nicht runterfällt... ...was mir oft passiert ist, wegen dieser blöden Steuerung hier... ...dann meine Tastatur steuert es sich manchmal ziemlich... ...schwer... ...so... ...jetzt holen wir uns erstmal unser Schwert... ...und ein weiteres Geld... ...und rein in die Klaustrophobie... ...ja, ich bin klaustrophobisch... ...aber natürlich nicht in einem Spiel... ...das ist natürlich klar... ...und weiter geht's... ...hier ist ein Stein... ...der hier um die Ecken rollt... ...und hier ist Geld... ...ganz viel Geld... ...und da ist der Stein... ...und hier bekommt auch wieder ganz viel Geld... ...und hier auch... ...39 haben wir schon übrigens... ...da ist die Kiste... ...und weiter geht's... ...un Schwert hier... ...und hier auch stehen... ...endlich unser erstes Schwert... ...ja... 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 ...ich weiß schon... ...okay... ...jetzt müssen wir sie noch anlegen... ...ähhh... ...hups... ...ah... ...ich dacht schon... ...hier ist so... ...hier ist so... ...hier ist so... ...hier ist so... Wir sehen, ob da irgendwas mit der Pflanze ist. Und zurück in die Knaustrophobie. So, jetzt müssen wir uns nur noch die restlichen Rumpfries holen, wobei es nur noch einer ist. Na komm, da. Okay, zusammen. Noch ein paar mehr hier. So, was müssen wir denn machen? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Und jetzt haben wir uns unser Schild.